In diesem Video geht es um Japan im Zweiten Weltkrieg. Ich erkläre dir, was das bedeutete und welche Auswirkungen das auf die Geschichte hatte. Japan begann seine Expansion in Ostasien schon vor dem Zweiten Weltkrieg. Mit dem Einmarsch in die Manchurei 1931 signalisierte das Land seine imperialen Absichten. Dies war ein erster Schritt, der die Grundlage für Japans Rolle im Zweiten Weltkrieg legte. 1939 schloss Japan den Drei-Mächte-Pakt mit Deutschland und Italien. Diese Allianz sollte die globalen Ambitionen der drei Länder unterstützen. Der Pakt schuf eine Achse der Mächte, die im Konflikt gegen die Alliierten standen. Am 7. Dezember 1941 griff Japan den amerikanischen Marinestützpunkt Pearl Harbor an. Dieser Überraschungsangriff führte dazu, dass die Vereinigten Staaten in den Zweiten Weltkrieg eintraten. Der Angriff hatte weitreichende Konsequenzen für den Verlauf des Krieges. Nach Pearl Harbor expandierte Japan schnell in Südostasien. Länder wie die Philippinen, Singapur und Indonesien wurden besetzt. Die Ressourcen dieser Gebiete, vor allem Öl und Gummi, waren für Japans Kriegmaschinerie sehr wichtig. Im Juni 1942 fand die Schlacht um Midway statt, eine entscheidende Seeschlacht im Pazifik. Die Amerikaner konnten die japanische Flotte schwer beschädigen. Dies war ein Wendepunkt im Pazifikkrieg. Während des Krieges beging die japanische Armee zahlreiche Kriegsverbrechen, darunter Massaker und die Zwangsprostitution von sogenannten Trostfrauen. Die Besatzungspolitik war oft brutal und führte zu großem Leid in den eroberten Gebieten. Die Amerikaner verfolgten eine Strategie des Inselhüpfens, um japanisch besetzte Gebiete zurückzuerobern. Diese Taktik ermöglichte es ihnen, wichtige japanische Stützpunkte zu isolieren und letztendlich einzunehmen. Im August 1945 wurden Atombomben auf die japanischen Städte Hiroshima und Nagasaki abgeworfen. Hunderttausende Menschen starben sofort oder an den Folgen. Dies führte letztendlich zur Kapitulation Japans. Am 2. September 1945 kapitulierte Japan offiziell an Bord des US-Schiffes USS Missouri. Damit endete der Zweite Weltkrieg. Japan wurde besetzt und musste auf seine imperialen Ansprüche verzichten. Es begann eine Zeit der Demilitarisierung und Demokratisierung des Landes. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020